ja hi leute und mein letzter blot ist etwas länger her muss ich gleich mal dazu sagen kam ein bisschen was dazwischen das problem ist folgendes es gab jetzt bei mayo in texas die update der mod ich hab zwar die alten dateien gesichert aber jetzt funktioniert das ist nicht ganz ich werde in den nächsten wochen versuchen den save starten zu können aber das problem ist eventuell werde ich nicht mehr weiterspielen können dass das ist jetzt angenommen das was ich gefürchtet habe zumindest habe ich halt gesagt und damit heißt dass das hier die anderen zahlen des space erst mal aufnehmen zika 2 oder rome to war zumindest müsste zika zwei lang aushalten bis der nächste groß die sie käme ja dann in dem sinne wie es weiter geht es zählt ja bei meinen nächsten lps die wir an weiter weg mache und leider befürchte ich dass das brandenburger lp jetzt in kompletität nicht gehen wird naja ob es noch ob ich es was du mal aufbringen mal schauen naja vermisst du Vielen Dank.